Musik Hahn Automation ist ein Spezialmaschinenbauer und realisiert Lösungen für die Automatisierung von Produktionsprozessen. Wo haben Sie denn gerade aktuell das Problem an der Maschine? Können Sie mir das mal kurz bitte ein bisschen beschreiben? EVE Connect ermöglicht uns Anlagen zu überwachen und dementsprechend zu reagieren, ohne selber vor Ort sein zu müssen. Wir brauchen kein Panel an der Anlage mehr, um sehen zu können, was mit der Anlage gerade los ist, wie aktuelle Produktionszahlen sind, was der aktuelle Status ist und können dementsprechend reagieren und dem Kunden Hilfestellungen geben. Über jedes Smartwatch, jedes Smartphone, jedes Tablet ist unsere Anwendung abrufbar. Weitere Funktionen des EVE Smart Services sind EVE Interact zum papierlosen Rüsten, EVE Optimize zum Aktualisieren und Optimieren einer Anlage sowie EVE Augment. Durch Augmented Reality Technologien können wir dem Kunden eine deutlich schnellere Reaktionszeit und damit auch die Ausfallzeiten reduzieren und können die Anlage deutlich schneller wieder ans Laufen bringen und davon profitiert sowohl der Kunde als auch wir. Hahn Automation liefert dank der intelligenten Vernetzung von Maschinen zielführende Impulse im Zeitalter von Industrie 4.0. Jetzt komms встреч, bitte. clock Jeffrey, ich bin eineologiqueτung. Ich Cities millenniumINDamento be Hair in mutation.